Wartet mal, ich heile mal eben. Mach ich auch gerade. Komm doch nicht durch. Ja, aber wir können ja außen rum gehen. Ja. Oh, das war knapp, das Ding röstet instant. Ja, achso, warte, ich geh auf die andere Seite und zieh. Zieh nochmal. Okay, warte, und jetzt, und, okay. Ne, ne, wir brauchen den. Ne, das ist ein Flazer. Die Tür ist ja schon offen. Ja, genau. Die Tür ist ja offen. Oh, Entschuldigung war mein Fehler. Nicht leidt, hast du drückt. Ja, drück nochmal. Ähm. Hey, wir müssen, warte, stopp. Wir müssen zurück. Ja, ich weiß wie. Stopp hier. Geh, ne, ne, ne. Achso, du kannst auch von da, klar, mach. Und, da. Ja, genau. Gut. Alles klar. Oh. Da. Warn. Oh. 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 Ist jetzt die Tür nicht offen. Ja, Moment. Ist doch ganz einfach, komm. Alle zu wer dem ist. Alle zu wer dem ist. Und genau unten, wer dem ist. Ja, unten bleiben. Runter. Und Anne fehlt noch auf der falschen Seite. ja da ist einfach mitlaufen hab's versucht zeit auf zeit okay zurück okay noch mal wie auf zeit warte das ding müssten wir am besten genau vor dem dritten stehen lassen ne genau vor dem ersten meinst du ja also ich bleibe stehen okay ja ich ziehe alles klar und jetzt warte ich gehe hier aber ja okay und ich mache mal die richtung aber knapp knappe küsste ich warte mal auf euch ich versuche ja einer kann sich schon wieder überleben auch noch ein paar sekunden man kommt halt nur mit halb leben wieder ne ja ich heil gerade könnt ihr ja schon wieder aktivieren aktiviert doch einfach das blitz ding brauchst du nicht hier ist übrigens auch ein halschrein ne fast voll wo war nein kommen wir ja auch so aus wie gemein schauen was wir jetzt machen müssen wir sollten erstmal hier kommen über diese explizit vier jahre muss nach unten schießen die kommen ja von unten hatte jetzt machen wir erstmal hier den halschrein an und dann den anschauen oder mit den hat mehr grad ist der blitzschrein einfach nur das ist einfach nur gegen monsther gehen jetzt oben durch würde ich sagen ja jetzt auch das ding nee das ist ja noch nicht aktiv oder erst hier da oben ist das sein bahn oder immer nach unten das ding jetzt zieht genau so und jetzt auf zeit ja okay mach das klappt die hier rüber wieder hochziehen durchlaufen scheiße und jetzt so nun müssen wir warten bis wieder da jetzt ist der eine schrein wieder deaktiviert der untere ja das ding ist jetzt aus ich denke wir müssen erst nach oben das ist das ende denke das wird freigeräumt die trümmer aber dann will ich die gleich eigentlich mitziehen wohl ne da haben wir ein problem es wäre unmöglich den schrein jetzt zu bewegen wenn das ding wieder an ist ja und ziehen noch ein paar meter weg ok lass mal gucken was passiert wenn wir den hier aktivieren ja dann geht der laser an aber ansonsten nichts doch die platte hier geht auch an ach guck mal da oben ist auch noch so ein schreien jetzt ist er weg seht ihr das wir müssen das aktivieren da müssen wir hoch da muss einer hoch moment machen wir noch nicht mach erst den schreien links an die wand pass auf indem wir den hier hinschieben ok jetzt muss er gehen warte jetzt nimm die kugel weg damit man sich direkt dahinter stellen kann sonst funktioniert das ja nicht so wartet ich glaub hier krieg ich den laser noch nicht ab ok so jetzt ziehen hoch genau ich och mann ey hä wo ist denn das ding hin das war doch grad eben da aber wir hätten auf die platte gewusst ja glaub ich nämlich auch aber wenn vier leute drauf müssen dann kommt ja keiner hierhin rechtzeitig ich muss vielleicht nur einer draufstehen ich glaub nämlich dass nur der stein da drauf muss dass du einfach durchfahren lässt oder äh was äh äh moment das könnte ganz tricky sein du musst ja ich kann das jetzt zeigen hier hinter kommt ja dieser schreibe aktivieren wenn wir alle hier stehen muss aber einer damit er die kugel ziehen kann hier hinten stehen jetzt kann ich mir nur vorstellen dass wir oh das wird geil dass wir einen schon da abstellen ne nein 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 wir stellen die kugel geht mal bitte raus alle nach unten nach unten raus ja genau äh nicht zu weit die kugel schicken wir nach oben mit dem ding genau wir schicken die kugel hoch richtig und dann zieht die davon wieder runter dann lass mir bitte noch mehr platz damit man hier nicht immer so auf gut glück äh das ist so nicht direkt gelasert ne warte achso du wolltest das ding noch verschieben ja ja ich will es noch weiter nach unten ziehen damit ich so weißt du damit du nicht äh hier immer ganz knapp am feuer stehen muss das ist ja mal komplett zu dir guck mal jetzt zieh ich noch mal drauf zieh noch mal dran okay ich schieb sie los und wir gehen alle drauf drauf na jetzt noch nie jetzt ah nein weil nicht alle drauf waren ja aber wir kriegen von dir noch leben ja wir müssen wir müssen die ganz rechts an die wand stellen die kiste ich hole die gleich lass mir jetzt das feuer ausgehen ich hole die gleich nein das ist doch nichts wird zu lang gedrückt ja okay warte und jetzt ziehen wir die hier rüber und es bleibt die da stehen noch weiter noch weiter noch weiter sonst du kannst sie sonst nicht losschicken weil du dann hier hingehen müsstest um sie loszuschicken ach so ja deswegen muss sie noch weiter nach hier gut lass erstmal voll heilen falls wir damage kriegen komm her gute idee okay ich zieh sie zu mir du gehst runter das ist zu dicht geh mal einen auf die andere Seite so jetzt ich steh schon mal drauf ich schick sie los okay alle drauf alle drauf alle drauf ihr wohin nach hin ja 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 ich wusste schon die Lösung aber zum besten meiner Meinung sind die ersten Gladiator um es zu lösen jawohl geschafft oh ich bin glüht ich bin glüht den blauen challenge banner ok ich bin glüht also nur eine extra mission hä ha du bist super kalt Balthus Are you keeping something from us? It isn't like you to keep a secret of us. This is most puzzling. Okay. Da rein, oder? Rache! Zweite passive aktivieren. Oh, das ist gut. Was macht ihr denn? Ah, okay, das ist praktisch. Nehmen wir das. Alles klar! I'm ready! Okay, komme! Ready! Ready! Überlegt euch kreative Tötungsarten da, okay, alles klar. Oh, ganz viele Statuen. Wahrscheinlich zerstören. Oh! Oh! Übernehmen den Dicken. Haha! Das ist gegen meinen Eisblock. Warm! Oh, Uhren! Wo? Wo? Oh, ja. Ah! Gelb muss man kurz hin, ja. Noch einer? Gut. Müssen wir da drauf, da ist noch. Oh, schön. Ich bin ja dann heilig auf der Plattform. Jetzt müssen wir finden, wo das... Ah, in der Mitte ist... Oh. In der Mitte ist die Hand. Zum Aufladen der Kugel. Okay. Geh mal runter. Aua! Braucht jemand... Komm mal zu mir, ich heile. Also zum Glück. Okay, die Kugel ist aufgeladen. Ja. Leute! Wow, Sorcery is this? Oh, oh! Zu spät. Ja, klar. Da wurde ich vom Eisblock geblockt. Nein! Jetzt bin ich tot. Okay. Kein Problem. Papa. Haha. Haha. Ne. Nein, Dado! Warte! Doch ein Problem. Wow. Okay. Sollen wir die Statuen dann später exponieren lassen? Ne, ne. Dann kommen wir auch immer Monster. Das ist ja die Aufgabe. Ja. Aber die greifen uns ja halt auch an. Ja, ja. Aber das werden sie auch, wenn wir sie später anmachen. Au. Au. Ne, die Kugel. Ja, habe ich schon. Bis ganz am Anfang zurück. Wer stirbt denn da gerade? Der, wer wem ist. Ja. Dann halt er sich jetzt auch mal. Hier unten ist auch noch eine Uhr, ne? Und noch eine. Die haben wir vorhin übersehen. Das könnte es erklären. Das sind noch mal welche? Ich hau mal eine Heilung raus. Komm mal her. Ja. Ich hab da die Ohren. Ich hab da die Ohren. Alle man hier drauf. Ah. Ich bin durch. Okay. Guck mal. Guck mal, ob hier noch unsere Ohren sind. Au. Guck mal, ob hier noch unsere Ohren sind. Sieh mal einer von oben. Ich bin nicht zu nah dran, das explodiert ja jetzt gleich. Au. Au. Ja, das ist gemerkt. Au, au, au. Au. Heilung. Oh, scheiße. Warum sind die immun? Weil die versteinert sind. Nein, ich weiß. Stopp. Ja, mit den Kugeln können wir die zerstören. Alles ruhig, genau. Erst jetzt die Kugel durch die Mitte ziehen. Ab. Ich zieh sie jetzt ran an die beiden. Alter. Au. Nochmal oben. Au, ey. Sie sind glücklicherweise recht langsam. Ich könnte eine Heilung gebrauchen. Warte. Falls du jemand eine Heilung über hat. Hab keine. Ich stell mich dann hinter die Kugeln. Kann jemand die Kugel aufladen? Dann kann ich sie. Ist aufgeladen. Sieh. Was wir beide haben. Also zieh beide rein. Na. Das ist keine. Ja. Puh. Wuhu. Rache. Was ist die Herausforderung? In Ordnung höchstens 10 Mal zu rufen. Ach du Scheiße. Haha. Na ja, ok. Das wäre nicht schwer gewesen. Du hättest ja alle Statuen sammeln können. Muss halt sehr koordiniert vorgehen. Ah. Was Neues? Nee. Nix Neues. Nee. Bis nach dem Level. Allen Feindangriffen kann ausgewichen werden. Ihr müsst nur herausfinden wie. Ok. Oh. 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 Füll die Zeittafel auf. Was ist eine Zeittafel? Was hier? Was hier? Die, die aussieht wie zur Ruhe. Ah. Ja komm mit. Ok. Kämpfen können wir eh nicht. Müssen wir wahrscheinlich sehen, dass wir hier durchkommen. Oh und lass die Viecher uns hier. Zieh mal auf den Dingens. Rot. Ja ja. Schon verführt. Ich glaube da kommst du nicht durch, durch den unteren oder? Kann ich nicht. Diagonal ist. I think you're starting to get this. Warte doch oder? Nee. Man weiß es nicht. Wartet. Wartet. Stopp. Stopp. Ja gut. Aua. Und Leiter. Verbindung getrennt. Verbindung getrennt. Nein. Ich? Ja hab ich auch. Ich stehe jetzt rum. Aber ich, keine Ahnung. Ich bin rausgeflogen da wohl. Jetzt hab ich hier zweimal mit dem. Ja ich darf zweimal mitspielen. Spielen mit Monsters und Gamepad. Was soll ich tun? Müssen wir nochmal aufmachen. Ja. Äh. Sollen wir an der Stelle mal unterbrechen? Ja. Machen wir an der Stelle mal einen Cut rein. Und machen das Level dann Anfang der nächsten Session nochmal. Genau. Genau. Okay. Okay dann bis zum nächsten Mal. Yo. Tschüss. Tschüss. Tschüss.